Liebe Salzburgerinnen, geschätzte Salzburger, ich möchte Sie heute wirklich ersuchen und an Sie appellieren, dass Sie sich wirklich alle testen lassen. Denn am 11. und 12. Dezember finden ja an drei Teststationen die Corona-Tests statt. Eine Teststation wird das Kongresshaus sein für hauptsächlich für diejenigen aus dem Stadtbereich, die fußläufig oder mit dem Bus kommen. Und für die anderen Bewohnerinnen und Bewohner steht das Messe-Greine zur Verfügung beziehungsweise auch der Flughafen. Ich würde es wirklich ersuchen, es ist für uns alle sehr, sehr wichtig, dass wir einmal einen Iststand bekommen, welche Menschen leben in dieser Stadt, die vielleicht schon infiziert sind, aber es selber gar nicht merken und damit Überträger und viele andere sein können. Und das wollen wir tun, nicht ausschließen. Daher ist dieser Appell so wichtig. Und bitte nützen Sie die Gelegenheit, lassen Sie sich testen. Das ist alles wunderbar vorbereitet. Wir versuchen, dass das sehr schnell über die Bühne geht, damit Sie dann nicht zu viel Zeit verlieren an diesem Freitag oder an diesem Samstag, nämlich am 11. oder am 12. Dezember. Vielen herzlichen Dank, bitte nützen Sie die Gelegenheit.